Wenn er so auch reingeht, so geduckt, dann geht er nicht rein. Ja, vielleicht nicht, aber guck mal, er beschäftigt sich so viel damit, wenn er jetzt zwei, dreimal schneidet, dass da nichts passiert, dann kommt er an zu fressen und dann geht er rein. Der ist so süß, ey. Der kleine Hosen-Scheiße. Alles gut. Du bist ganz mutig, fein. Alles gut. Alles gut. Ich bin tot. 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 So kann er sich Glück trinken. Ich habe gerade jetzt geworfen, was da drin liegt. Fein. Ich möchte aber auch ein richtiges Stück durchschnucken. Doch, meine Kummerzeit sind schon eingezogen. Da. Auf, auf, auf. Komm mal, er hat gerade mit dran. Der war ein Stück gleich. Er traut sich rein. Jetzt aber mach ruhig sein. Ganz ruhig. Ist er nicht traut, oder so? Ja. Aber wenn er so weit hinterläuft, dass er aufs Drückbrett tritt, dann hält er sich auf den Po. So. Der streckt sich gar nicht so weit. Der streckt sich gar nicht so weit. Der streckt sich nicht an, wie er so weit hinterläuft. Der Schwanz ist eigentlich nicht so weit. Der schwanz ist dicht angelegt. Ja. Der schwanz ist dicht angelegt. Ja. Der schwanz ist dicht angelegt. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So ist das. Können wir nicht hinlernen. Aber die geht schon umsatzlich. Ja. Ich glaube, es geht auch noch nicht mehr. Ja. 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 Du kannst doch nicht in der Frühstunde warten, dass es funktioniert. Ich vermitte, dass wir sicher mal Fortschritte haben. Wo ist er denn hin? Wo ist er denn hin? Dann ging es hinter der Frühstunde. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Dann werden wir ein bisschen mehr auf dem Auto gehören.